Willkommen, hallo! Willkommen! Haben Sie ein Tattoo? Ähm, nein. Okay, wollen Sie ein Tattoo? Äh, ja. Also jeder soll der einfach mit einem kleinen Tattoo, also wenn jetzt Sie, haben Sie ein Tattoo? Also wenn Sie ein Tattoo haben wollen, fangen Sie einem kleinen Tattoo, sowas zum Beispiel. Ich werde jetzt versuchen, dieses Tattoo Ihnen rüber zu schicken, ja. Irgendwo haben Sie eine Wunschstelle? Irgendwo, okay. Hier, wollen Sie es da haben? Aber so kann man nicht schlecht rumlaufen, weil das geht ja nicht mehr weg. Okay, machen Sie es noch, machen Sie es so, okay. Überleisten Sie es mir, bitte einsteig dich. Und jetzt bei drei, gemeinsam. Eins, zwei, drei. Und, was gespürt? Nein. Nicht wirklich, ja? Kann man was erkennen? Ja. Ja, das ist aber nur ein Glitzer da. Das ist ein Glitzer. Zeigen Sie mal die linke Handinnenfläche. Ja, Glitzer. Schauen Sie mal selber, ist ein bisschen verwischt, ja? Ja. Weil, durch die Feuchtigkeit. Aber es ist angekommen. Riesen Applaus, super. Und Sie haben jetzt, Sie haben jetzt wieder die Gehirnseite zurückbekommen. Ja. Riesen Applaus, freut Sie sich. Genau.